Bombe befestigt von Op 4. Schrauben auf! Ok, die haben mich unten gesehen. Dann spiele ich on-site und versuche drüber was zu ziffieren. Wir müssen versuchen die Hedge-Office zu machen. Küche? Ja, Nomad. Ne, das war ein Ash. Alba, Nomad war auch geil. Also an der Außen-Küchentür. Ich weiß gar nicht ob es oben oder unten ist. Küche, äh Küchentür kommt rein. Also die Außen. Das gibt's auch nicht, das war der Kruppf. Nomad ist hoch. Läuft unten rein. Er ist unten reingelaufen. Was? Was? Das war an ihr Tuhuhuhu. Woh? Ah, Claymore! Hab ich's nicht gesehen, sorry. Passt schon. Was? 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 Ich er in der Regel. Ich war einfach mal. Behehr나 zehn. Beath der Hälfte? Was? Hältst du denn einen Runout auf der Seite, wo sie vorhin die ganze Zeit rausgelaufen sind? Ich hab hier, äh, hier ist, äh, muted Ähm, kann dir leider nicht helfen Okay, auf B ist einer Gut, dann komm ich aber zu dir rüber wieder Auf B hinter der Bombe war jemand Weil hier kommen wir nicht rein Fuck, äh, im Gang ist der Rook, scheiße Hm Sorry Ich übe gerade Aggro spielen Ich hab den Rook Nee, das nicht Hm Wie das ja dazwischen liegt Hm Das ist ja nicht doof Soll ich Das war's für heute. Ich habe die Versuchung bis hier gespürt, die ganzen Sachen wegzuschießen. Oh, eine Camp! Nein! Oh, eine Pass! Siehst aus! Siehst aus! Siehst aus! Siehst aus! Die Pest, die tut mir nix! Ja, genau das! Siehst aus! 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 Siehst aus!